So, wir sind jetzt heute Samstag. Es ist kurz nach halb vier, ad acta Demo, hier Wilderberger-Scholz-Museum. Es gab jetzt wohin einen kleinen Vortrag, demomäßig. Hier gibt sich die Demo auf eine kleine Rundreise. Wir ziehen jetzt hier einfach einmal ein bisschen rum. Und dann gucken wir mal weiter. Trotzdem irgendwie ziemlich wenig Leute hier heute unterwegs. Also wirklich nicht viel. Ich glaube, die zweite, die erste Demo, da war mehr los. Aber gut.